Oh, Diana. Ja. Guten Abend. Ich bin's. Hallo. Jemand hat mir diese Unterlagen gegeben. Für Sie, aus dem Labor. Danke sehr. Wer? Wer? Ich muss lügen. Ich bin... Wissen Sie, eigentlich wollte ich Sie nur mal sehen. Ehrlich? Kommen Sie doch rein, bitte. Danke sehr. Entschuldigen Sie die Lüge. Oh, das ist aber ein schönes Zimmer.